Hallo aus Valencia. Ja, wir haben jetzt heute hier den zweiten Hafenstopp und werden gleich wieder den Shuttle nutzen in die Stadt rein. Das bietet MSC kostenpflichtig an, das ist aber die einfachste Art für uns und dann werden wir Valencia ein bisschen erkunden. Wir selber waren schon mal hier vor ein paar Jahren, da war das Wetter allerdings nicht so toll wie es heute ist. Heute ist es richtig toll. Ja, von daher freuen wir uns auf den Tag. Bis dann! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.